Heute gibt es wieder neue optische 3D-Illusionen und zwar gucken wir uns mal an, Leute. Die Kugel wird doch nicht reinrollen, oder? Was? Wo ist die Kugel verschwunden? Ey, was hast du getan? Wie ist das möglich, Leute? Hier sieht man es im Replay. Die Kugel verschwindet da wirklich in diesem Loch. Er hat einfach ein Loch reingemacht. Oh mein Gott, die hatte sogar eine echte Spinne genommen. Oh, und die Spinne geht da wirklich runter. Leute, ich kann ja keine Ahnung, wie ihr das macht. So, als nächstes haben wir hier ein Ei oder ist das eine Kugel, die da schwebt? Okay, Leute, ich glaube nicht, dass die wirklich schwebt. Naja, wir werden jetzt sehen, er schm... Was? Leute, ich bin komplett verwirrt. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr optische Täuschung. Ich, ich gehe erst mal, ich habe keine Ahnung.